Hallo Dino! Hast du Lust etwas zu lernen und Domino zu spielen? Großartig, dann fangen wir an! Schau Dino, die roten Dominosteine formen den Buchstaben A. Großartig, mal schauen, was wir noch für Formen entdecken können. Die grünen Dominosteine formen den Buchstaben B. Großartig, sollen wir weitermachen? Schau Dino, da sind blaue Dominosteine! Schau Dino, sie formen eine blaue Wolke! Großartig, mal sehen, welche anderen Formen wir entdecken können! Siehst du Dino, da sind gelbe Dominosteine! Schau Dino, sie formen eine gelbe Sonne! Hervorragend, Dino! Wir haben alle Dominosteine gefunden! Sollen wir es wiederholen? Roter Buchstabe A Grüner Buchstabe B Blaue Wolke Gelbe Sonne Tschüss Dino Tschüss, Freunde, wir sehen uns! Hallo Ted, wie geht es dir? Dieser Ort sieht fantastisch aus! Hast du heute Lust, mit uns Überraschungseier zu öffnen? Großartig, dann fangen wir an! Grün Grün Blau Blau Gelb Gelb Rot Was ist im grünen Ei, Ted? Ein Hund Fantastisch! Mach das blaue Ei auf, Ted! Das ist ein Fisch! Jetzt öffne das gelbe Ei, Ted! Ein Vogel, wie schön! Da ist noch ein Ei übrig, Ted! Das rote! Lass es uns aufmachen! Das ist eine Katze! Wunderbar, Ted! Wir haben heute so viele Farben und Tiere gelernt! Sollen wir sie wiederholen? Grün Blau Gelb Rot Hund Fisch Vogel Katze Bis bald, Freunde! Wir sehen uns! Hallo, Ethan! Wie geht es dir heute? Du hast so viele Truhen hier! Was da wohl drin ist? Hast du Lust, verschiedene Formen zu lernen und es herauszufinden? Großartig! Dann fangen wir an! Du musst den Schlüssel mit dem quadratischen Ende finden! Sehr gut, Ethan! Jetzt kannst du die Truhe öffnen! Oh! Fantastisch! Bist du kitzelig, Ethan? Du musst den Schlüssel mit dem Kreis finden. Ich glaube, das ist der falsche, Ethan. Schau noch mal. Perfekt, Ethan. Schau schnell nach, welche Überraschung dich erwartet. Wow, ein Spielzeugzug. Hast du ein Glück, Ethan. Jetzt brauchst du den Schlüssel mit dem Dreieck, Ethan. Aha. Perfekt, Ethan. Schau, was deine Überraschung ist, Ethan. Sehr beeindruckend, Ethan. Jetzt brauchen wir den Schlüssel mit dem Fünfeck. Sehr gut, Ethan. Isst den Donut, bevor er davonfliegt, Ethan. Welcher der beiden verbleibenden Schlüssel ist der Schlüssel mit dem Stern, Ethan? Aha. Sehr gut, Ethan. Wow, was war das denn, Ethan? Auf jeden Fall sehr lustig. Großartig, das Feuerwehrauto kommt in deine Spielzeugung. Spielzeugsammlung, Ethan. Los, wir wiederholen die Formen, die du gelernt hast. Quadrat, Kreis, Dreieck, Fünfeck, Stern, Diamant. Wow, so viele Formen und du hast so viele Geschenke bekommen. Gut gemacht. Bis bald, Freunde, wir sehen uns. Hallo, Dino, wie geht's dir? Hast du Lust, Farben zu lernen, Dino? Großartig, Dino. Dann spring auf den Kran und los geht's. Lass die Truhe herunter und wir sehen nach, was drin ist, Dino. Orange. Grün. Grün. Blau. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Lass uns wiederholen, was wir heute gelernt haben. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.